Mein Name ist Tim Zechel, ich spiele beim HCR Lang und heute nehme ich euch mit zu meinem Trikotausch. In der Jugendabteilung habe ich beim SC Magdeburg einige Erfahrungen gesammeln dürfen. Es war für mich ein wichtiger Grundstein in meiner Karriere und hat mir gezeigt, dass ich Handball professionell ausüben möchte. Eintracht Hildesheim war meine erste Station im Profibereich. Als A-Jugendlicher durfte ich erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln und Damir Garmangele, der alte Hase, der schon alles gesehen hat, hat mir damals beigebracht, wie man in der Abwehr richtig abzählt und somit seinen eigenen Mitspielern hilft. Oh ja, Borgwedel, das war eine super Zeit. Es war zwar ein Schritt zurück in die dritte Liga, allerdings hatte ich einen super Trainer, konnte mit Anfang 20, jedes Spiel 60 Minuten spielen und habe mir die Türen geöffnet zum Toosam-Essen zu gehen. Was ein schönes Trikot vom Toosam-Essen. Das ist eine ganz besondere Version, eine Dezember-Version gewesen. Toosam-Essen war einfach eine überragende Zeit für mich. Es waren vier Jahre, die mich super weiterentwickelt haben, die mich selber als Mensch geprägt haben. Ich habe super viele neue Freunde gefunden, möchte die Zeit nicht missen und hat mir das ermöglicht, wo ich heute stehe. HCR Lang, das ist mein aktueller Verein. In der letzten Saison bin ich hierher gekommen. Das Team hat mich super aufgenommen, ich fühle mich pudelwohl. Deswegen habe ich meinen Vertrag auch schon vorzeitig verlängert gehabt. Das Team hat mir geholfen, zum Nationalspieler heranzuwachsen und ich hoffe, dass wir gemeinsam noch viele Erfolge feiern können.